Das Ende der Republik, das Ende eines Regimes, das stillschweigend die Unordnung toleriert. In diesem bedeutenden Moment, in einem System weit von ihr entfernt, ist die neue Republik. Dabei Lügen in der Galaxis zu verbreiten, während sie im Geheimen den verräterischen, abfeuglichen Widerstand unterstützt. Diese furchterregende Maschine, welche ihr erbaut habt, auf der wir festen Fußes stehen, wird dem Senat ein Ende setzen, ihrer hochgeschätzten Flatte. Alle übrigen Systeme werden auf die Knie fallen vor der ersten Ordnung und sich an diesen besonderen Tag erinnern, alt den letzten Tag der Republik.